Heute habe ich mal wieder was ganz besonderes für euch, ein GL 1800 Viper Trike in Glint Wave Blue Metallic. Ja, den Umbau den haben wir selber gemacht, es gibt auch nur noch die Viper Kits, die Cobra Kits von den Vorgängermodellen gibt es nicht mehr, die Optik unterscheidet sich aber die Technik die unten drunter steckt ist genau die gleiche. Das Fahrzeug ist gebraucht, war auch immer bei uns im Service und die Vorbesitzerin hat es auch ganz ganz toll veredelt wie ihr seht. Top-Case-Boiler drauf, Kyriakin-Gepäckträger, Auspufferlängerung, eine Fahrerlehne, ein Funkgerät ist dran, die gesamte Zusatzbeleuchtung ist schaltbar gemacht, Foglight sind drin, sie hat High-Wail-Boards, große Rahmenabdeckung, Kurzflügelverlängerung und und und. Top-Talk Top-Case-Boiler 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 Vielen Dank.